Eine vollständig renovierte Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in Köln-Hohlweide. Das im Jahr 1920 erbaute Haus verfügt über drei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 100 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Etagenwohnung auf 895 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.